Dieses Video wird euch präsentiert von PKPro und Games Island. Hallo und herzlich willkommen beim Adaptos Stammtisch und zu einer neuen Miniserie, die vier Folgen haben wird, zu Age of Sigma und zum anstehenden Editionswechsel für das beste Tabletop-System der Welt. Ja, ich möchte heute mit den Fraktionen der Ordnung anfangen und wir werden heute kurz durchgehen. Ihr seht, ich habe hier schon eine PowerPoint-Präsentation für euch fertig gemacht. Wir werden uns kurz angucken, wie denn diese Fraktionen ticken. Was ist deren Stärke? Grob zusammengefasst nur. Und was macht die so besonders? Und ja, wir fangen natürlich mit den Fraktionen der Ordnung an, weil das die sind, die Games Workshop am meisten pusht. Das sind auch die, die mit Abstand am meisten Armeen haben. Fast doppelt so viele wie die anderen. Und genau, deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Cities of Sigma. Das ist die neueste Fraktion, zusammen mit den Flash-Ethern. Zu denen kommen wir dann demnächst. Und die Cities of Sigma sind eine Menschenfraktion, die sich mehr oder weniger in einem Zeitalter von Göttern und Untoten, Drachen, Orks, Chaos und hast du nicht gesehen, durchschlagen müssen. Sie sind die normalen Soldaten, sie sind ein diszipliniertes Volk und sie sind vor allem viele. Und das spiegelt den Stil der Armee ganz gut wider. Die sind eine sehr militarisierte Gesellschaft. Das heißt, wir haben Formationen, die wir einnehmen können. Und zwar, indem wir halt beispielsweise erst die Schwertträger, also hier die Steelhems nach vorne stellen, dahinter eine Reihe an Gewehrschützen und dahinter eine Reihe an Artillerie oder Kavallerie und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, unsere Armeefähigkeit lässt uns Befehle sprechen für diejenigen unter euch, die von FortiKate zur Age of Sigma rüber wechseln oder die Age of Sigma als neues Projekt beginnen. Die Armee ist sehr vergleichbar mit dem Astra Militarum tatsächlich und die teilen sich auf viele Gemeinsamkeiten. Allerdings haben die Cities of Sigma mit den Zwergen und mit den Elfen noch andere Elemente, die die noch weitaus vielseitiger machen eigentlich. Genau. Haben sie eine Gottheit? Nein, haben sie nicht, weil Sigma ist zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht spielbar. Und dementsprechend haben sie noch keine spielbare Gottheit. Vielleicht wird das irgendwann in der Zukunft mal kommen. Wir werden sehen. Aber Stand jetzt haben sie keine. Schwierigkeitsgrad der Armee? Hoch, meiner Meinung nach. Das ist immer alles subjektiv. Denn gerade mit den Befehlen sprechen, mit den verschiedenen Synergien zwischen Charakteren und Einheiten, zwischen verschiedenen Klassengerüsten der einzelnen Einheiten und so weiter und so fort, haben wir sehr, sehr viele Fähigkeiten, auf die wir achten müssen. Die wir in bestimmten Reihenfolgen durch, ja, die wir in verschiedenen Reihenfolgen aktivieren müssen. Und vor allem, wir haben sehr viele fragile Einheiten, die es nicht abkönnen, wenn sie mal etwas mehr eingeschenkt bekommen. Mit einem Unterschied. Und das ist Stand jetzt der Dampfpanzer. Also die haben auch Panzer in ihrer Armee. Der Dampfpanzer ist tatsächlich sehr widerstandsfähig. Da kann ich aber natürlich noch nicht sagen, wie das in der vierten Edition sein wird. Das weiß ich noch nicht. Aber der Spielstil ist auf jeden Fall sehr einzigartig und die Armee ist halt relativ komplex. Die Spared Box, wir sehen die jetzt mal hier auf der rechten Seite, ist sehr gut, meiner Meinung nach. Weil die können wir auch mehrmals kaufen, ohne weiteres. Die Steel Lames brauchen wir sowieso als Battle Line. Die Kanone ist ganz brauchbar. Fünf Ritter sind super. Und der Marshal auf dem Pferd ist wahrscheinlich mit das hübscheste Modell, was es bei Age of Sigmar gibt. Und das ist auf jeden Fall eine Box, die wir zwei oder sogar dreimal kaufen können. Und wo wir auch tatsächlich einen sehr guten Gegenwert für unser Geld bekommen. Ja. Gehen wir weiter zu den ersten Zwergen, nämlich den Fireslayers. Und ja, die Fireslayers sind ein Volk von Slayern, wer die aus Fantasy noch kennt. Das heißt, es sind Zwerge, die einen Todeswunsch hegen und ihren Körper somit stehlen, dass sie im Kampf besonders mächtig sind. Denn der Gegner muss sich verdienen, dass er sie töten darf. Und die Armee zeichnet sich dementsprechend auch durch sehr starken Nahkampf aus. Also wirklich sehr, sehr starken Nahkampf. Die Armee ist allerdings auch sehr, sehr langsam. Hält relativ wenig aus. Hat schlechten Fernkampf. Aber sie haben viele Fähigkeiten. Zum Beispiel Fight on Death. Das heißt, sobald das Modell getötet wird, darf es nochmal kämpfen, bevor wir es aus dem Spiel nehmen. Weil der Zwerg nochmal zurückschlägt, bevor er dann wirklich stirbt. Ansonsten haben die viele Fähigkeiten, die einmal pro Spiel gelten. Wir haben zum Beispiel Runen, die wir in unserer Haut aktivieren können. Und diese Runen geben verschiedene Stärkungen für eine Schlachtrunde. Und die müssen wir halt so anpassen, dass sie möglichst auf die Runde passen, in der wir sie auswählen. Dazu kommen auch Artefakte, Warlord Traits und andere Fähigkeiten, die auch immer einmal pro Spiel sind. Das heißt, bei der Armee muss man schon relativ genau überlegen, wann man wo, wie, welche Fähigkeit zieht. Und deswegen hatte ich mir überlegt, ist die wahrscheinlich nichts für Anfänger. Aber sie ist auch jetzt nicht so schwer, meiner Meinung nach, dass man dafür ein Profi sein muss. Deswegen habe ich ihr einen mittleren Schwierigkeitsgrad gegeben. Denn sie hat dann schon einen sehr straighten Spielstil. Gottheit gibt es nicht, beziehungsweise nur bedingt. Man könnte hier vielleicht Godrek Gernison anführen, der als Avatar des Zwergengottes Grimnir, des Slayergottes, gerade über die Schlachtfelder läuft. Und der ist tatsächlich einer der besten Nahkämpfer, den es in Age of Sigmar gibt, stand jetzt. Und den kann man hier noch mit reinnehmen, aber eine Gottheit ist er in dem Sinn noch nicht. Er ist der Avatar. Die Spareheadbox, ja, ihr seht sie hier rechts. Ist sehr einseitig, schwer auseinanderzuhalten. Also es sind tatsächlich drei verschiedene Einheiten, die hier drin sind. Nämlich die Vulcate-Berserker, das sind die, die eher oben stehen. Dann die Hearthguard-Berserker. Das sind die mit den... Tja, wie beschreibe ich das? Morgenstern-Exten? Haut mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ich weiß nicht, was das ist. Morgenstern-Exte. Ich glaube schon. Ansonsten könnt ihr auch Fernkampf-Waffen kriegen. Und einem Charakter mit einem Banner. Ja, das ist die Box. Für mich eine der schwächeren Bergboxen. An und für sich bekommen wir aber wirklich einen guten Gegenwert in der Box. Sie ist halt nur ein bisschen lahm. Aber das... Mit den einheitlichen Einheiten müssen wir uns bei Fire Slayer sowieso ein bisschen abfinden. Dann als nächstes, es geht direkt weiter mit Zwergen, haben wir die Caradon Overlords. Und die Caradon Overlords... Oh, ich sehe gerade, das Bild ist zu groß. Ha. Haben einen sehr uniken Spielstil. Nämlich, sie sind sehr schnell. Sie haben einen super starken Fernkampf. Und spielen vor allem viel mit diesen dicken Kriegsschiffen hier. Für die 40k-Veteranen, die jetzt wechseln sollten, kann man die sehr gut mit Tau vergleichen. Nur, dass die hier auch einen halbwegs brauchbaren Nahkampf haben. Ähm, und wir haben halt viele Fähigkeiten, die uns teleportieren lassen. Die uns wegfliegen lassen vom Gegner. Die dann nochmal die Kanonen verbessern. Also gerade, wie gesagt, der Fernkampf ist sehr, sehr stark. Äh, haben die eine Gottheit? Nope, haben sie nicht. Man könnte hier auch wieder, ähm, Gottschweck mit einwerfen in den Raum. Ich glaube aber nicht, dass das passt. Von daher habe ich jetzt hier Nein geschrieben. Äh, Schwierigkeitsgrad. Tatsächlich ist die Armee super vielseitig, in dem, wie sie gespielt werden kann. Also mehr Schiffe, weniger Schiffe, mehr Nahkampf, mehr Fernkampf und so weiter und so fort. Und, äh, je nachdem, welchen Stil wir davon wählen, ist es halt leichter, mal ist es ein bisschen fortgeschrittener. Ähm, aber alles in allem ist die Armee wirklich gut handelbar und ist auch für Anfänger geeignet. Spared Box, hier auf der rechten Seite sehen wir sie. Äh, da ist eine Fregatte drin, da sind drei Endrin-Rigger drin, zehnmal eine Arkenaut Company und ein Admiral. Guter Einstieg, finde ich. Kann man auch mehrmals kaufen. Wurde auch mehrmals gekauft, weiß ich, weil alle Einheiten davon brauchte man bisher immer auch im kompetitiven Spiel. Und dementsprechend, die Fregatten und so weiter, könnt ihr auch alle super einzeln kaufen. Kann man mit der Box überhaupt nichts falsch machen. Ja, kann ich euch empfehlen. Kommen wir zur nächsten Elfen-Fraktion. Und zwar die Daughters of Cain. Die Daughters of Cain sind das, ja, eigentlich für mich das Beispiel einer Glaskanone. Die sind super tödlich im Nahkamen von vielen Assassinen-Fähigkeiten, um auch Helden rauszunehmen. Ähm, sind schnell und super tödlich. Wie gesagt, sterben aber dann auch für die Fliegen. Wie gesagt, Inbegriff einer Glaskanone. Und, äh, haben auch sehr vielseitige Spielstile, muss man sagen, dafür, dass die Einheiten-Range relativ limitiert ist. Ähm, wir haben hier die Bowsnakes auf der rechten Seite oder überhaupt die Schlangen, die wir spielen können. Die halten ein bisschen mehr aus, machen nicht ganz so viel Schaden wie der Rest. Ähm, und wir haben halt auf der linken Seite die Elfen, die halt wirklich super viel Schaden machen und, äh, dafür überhaupt nichts aushalten. Haben sie eine Gottheit? Ja, haben sie. Nämlich Morathi, ähm, für die Fantasy-Veteranen oder die Total-War-Veteranen unter euch. Die werden jetzt aufhören, aufhorchen. Äh, Morathi ist die Gottheit der Daughters of Cain und auch Morathi ist ein wahnsinnig starker Charakter. Ähm, wird sehr viel gespielt aktuell, ähm, schlägt wahnsinnig hart zu, ist sehr, sehr tanky und eine hervorragende Ergänzung für die Armee. Ähm, ja. Auch eine sehr beliebte Armee, muss man sagen, tatsächlich. Und deswegen kriegen die auch sehr viel Liebe von Games Workshop. Und auch hier der Schwierigkeitsgrad, je nachdem welche Liste man spielt, kann von leicht bis schwer gehen. Ein Großteil der Armee, würde ich behaupten, liegt eher im fortgeschrittenen, schweren Bereich. Aber wenn man eine reine Bowsnake-Liste spielt oder so, dann, ähm, ist die schon eher auf der leichteren Seite. Das Bad Box, seht ihr hier auf der rechten Seite. Fünf Warlocks auf dem Pferd. Uralte Modelle, ähm, sehen auch echt nicht mehr schön aus. Fünf Schlangen, die wir wahlweise zu Nahkämpferinnen oder zu Fernkämpferinnen bauen können. Zehn Elfen, äh, zu Fuß. Und die Medusa, also die Melusai als Schlangenanführerin unten. Meiner Meinung nach keine gute Box, äh, weil alle möglichen Arten von Liste gemischt sind. Also, wollen wir eine Schlangenliste spielen, haben wir nur zwei Einheiten. Wollen wir eine Elfenliste spielen, haben wir nur eine Einheit und keinen Charakter. Und hinten die Warlocks, die waren irgendwie noch nie gut. Und sehen halt auch echt schon echt scheiße aus, weil die so alt sind. Ähm, ist meiner Meinung nach keine gute Box. Also, wenn ihr mit der Armee einsteigen wollt, gibt es bestimmt Möglichkeiten, noch an alte Sammelboxen ranzukommen, die einen besseren Wert hatten. Aber die sind, weiß ich nicht, also ich würde die nicht kaufen, tatsächlich. Dann haben wir die Eidoness Diebkin, die nächste Elfenfraktion, die See-Elfen. Und die sind für euch 4DK-Spieler da draußen, äh, sehr an die Drukari angelehnt. Sie sind super elitär, sie haben sehr wenig Modelle auf dem Feld. Die haben einen sehr starken Fernkampf, sehr guten Nahkampf. Sind schnell, halten nichts aus, das ist auch wie eine Glaskanone. Nicht ganz so schlimm wie die Daughters of Cain, aber schon, schon. Ähm, haben vor allem vom Spielstil her das übernommen, was die Drukari haben. Nämlich, sie haben die Power-From-Pain-Tabelle, ähm, im alten Stil, also wie früher. Und die Eidoness Diebkin sind halt so dieses schnell nach vorne zuschlagen, ähm, Gegner ausweiden und dann weiter. Ähm, und das unterstützt halt auch ihre Flutfähigkeit. Das heißt, die kriegen von Runde zu Runde eine stärkere Armee-Eigenschaft. Die sind auch kumulativ alle miteinander. Und, äh, man muss halt Eidoness Diebkin relativ schnell besiegen, weil ansonsten walzen die einfach drüber. Und, ja, haben die eine Gottheit? Nein, haben sie nicht. Ähm, weil sie ja verstoßen wurden von Taklis, ähm, beziehungsweise Slanesh sie ja freigegeben hat. Und dementsprechend sind das halt so seelenfressende Elfen, wenn man so möchte, mit haufenweise Fischen. Ist auch optisch eine sehr, 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 sehr geile Armee. Schwierigkeitsgrad ist Mittel, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt gute Matchups, es gibt schlechte Matchups. Man muss bei einer elitären Armee sowieso immer sehr aufpassen, wie man spielt, wo man sich platziert und so weiter und so fort. Das ist immer so ein Problem. Aber grundsätzlich könnt ihr mit denen halt auch als Anfänger starten. Ihr werdet euch nur am Anfang echt etwas eingewöhnen müssen, weil die auch nicht so viel aushalten. Ähm, Spadebox. Wenig Modelle für den Preis, finde ich, weil es ist, die ist relativ teuer. Ja, wir haben halt einen kleinen Charakter für, ich meine, die kosten sonst immer so um die 25 Euro. Dann eine Infanterieeinheit, ein Hai und drei Ahle. Ja, wir sparen immer noch, brauchen wir nicht drüber reden. Aber vom Inhalt her, von den Punkten her, also von der Punktstärke her, von den Fähigkeiten der Modelle und von der Art, wie sie miteinander kombiniert werden können, ist die Box super. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber ich finde, für den Preis, was die Box kostet, ist sehr wenig Plastik drin. Weil die sind auch nicht so groß, wie man annehmen möchte, hier auf dem Foto. Müsst ihr wissen, aber wenn ihr die Armee starten wollt, dann könnt ihr die Box schon durchaus kaufen. Ihr müsst halt nur, ich muss nur klar sein, es sind nicht so viele Modelle. Die aber dafür sehr, sehr detailliert sind. Ähm, also da müsst ihr echt aufpassen. Die Stormcast Eternals, die Poster Boys von Sigma. Die Space Marines im Fantasy-Universum. Ja, Spielstil, es sind alles Könner irgendwo. Also die, die haben, die können alles im Spiel bedienen. Die, ähm, haben irgendwo was, was sie immer kontern können. Die haben sehr viele Datasheets, sehr, sehr viele Charaktere, die alle irgendwo Buffs und Debuffs mitbringen für den Gegner. Ihr habt eigentlich eine Antwort auf alles. Ähm, allerdings würde ich jetzt sagen, können die irgendwas auch nicht so richtig gut. Also die, die können halt alles, aber nichts richtig, möchte man böserweise sagen. Ähm, sie hatten sehr starke Listen, jetzt gerade auch zum Ende von 3.0, also von Age of Sigma Edition 3. Ähm, die waren aber sehr speziell. Also, ähm, das muss man dazu sagen. Ansonsten, die Armee ist sehr schwer gepanzert, hat also einen sehr guten, guten Save. Viele Lebenspunkte sind dafür aber auch sehr langsam. Also die meisten haben 5-Zoll-Bewegung, teilweise auch nur 4. Ähm, die Armee kann aus dem Himmel schocken. Das ist die besondere Fähigkeit der Stormcast Eternals. Das heißt, wir dürfen die Hälfte der Armee außerhalb des Spielfeldes aufstellen und dürfen dann am Ende ab Turn 1, also ab Runde 1, nach und nach unsere Einheiten aufs Feld stellen. Und müssen dabei nicht die Aufstellungszonen einhalten, was ziemlich geil ist. Äh, haben sie eine Gottheit? Ja, haben sie auf jeden Fall. Nämlich den titelgebenden Helden, äh, Sigma. Aber den gibt es halt noch nicht als Modell, dementsprechend haben sie es nicht. Man könnte hier aber fairerweise, äh, den Celestin Prime mit reinfügen. Der ist zwar kein Gott, aber das ist so wie Gottrek. Der Avatar kommt also dem relativ nahe. Ja. Schwierigkeitsgrad leicht. Ich würde sagen, ein Großteil der Armee ist wirklich sehr leicht zu spielen. Ähm, es ist wahrscheinlich die Anfängerarmee für Age of Sigmar. Ähm, sie verteilt seit viele Fehler. Sie hält viel, oder genug aus, dass auch mal Aufstellungsfehler, ähm, wettgemacht werden können. Und, äh, sie ist auch nicht so schnell oder hat so viel Tech, dass man da halt wirklich viel Synergien miteinander kombinieren muss und so weiter und so fort. Und, äh, wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber, äh, da wissen wir halt noch nicht, wie das jetzt in 4.0 sein wird. Ich denke aber mal, dass Stormcast auch da wieder die Einsteigerarmee sein werden. Und wenn ihr auf Goldene Ritter steht oder Silberne Ritter, dann ist die Armee bestimmt was für euch. Spare Head Box. Großer Pluspunkt für die Stormcast Eternals. Gerade jetzt mit dem Start von 4.0 kommt eine neue Box dazu. Ähm, nämlich die zweite Spare Head Box. Das heißt, die Armee hat zwei Boxen, für die wir uns entscheiden können. Und hier auf der rechten Seite sehen wir die erste, die ist bereits erhältlich. Das, äh, ist in Drasta mit einem Knight Vexilor, der mit dem Banner. Drei Annihilators, einem Stormstrike Chariot, das ist der Streitwagen. Und zehn Vigilors, äh, also Nahkämpfer mit Zweihandschwert. Hm. Und die hier hat halt auch einen speziellen Spielstil und vor allem einen anderen Spielstil als die zweite Stormcast Box, die jetzt demnächst erscheinen wird, mit, äh, der Scabentide Box. Mit anderen Worten, ihr könnt sogar zwei Boxen kaufen, wenn ihr eure Fraktion spielen wollt und habt hier wirklich sehr viel Auswahl. Und vor allem, ihr könnt die sehr gut ausbauen zu einer größeren Armee, weil eben zwei verschiedene Boxen halt auch mehr verschiedene Einheiten bedeuten. Was immer gut ist. Das heißt, Stormcast Eternals, super flexibel und so weiter. Lustigerweise trotzdem nicht so richtig beliebt, weil die immer so ein bisschen, obwohl die von der Story echt cool sind, die sind immer so ein bisschen dünn repräsentiert. Finde ich. Also von der Präsenz her. Die sind irgendwie immer nie so richtig cool. Mal gucken, wie sie das jetzt mit der neuen Chamber machen, die ja wirklich sehr badass ist. Dann, meine Hassarmee, die Silverneth. Ja, eine Armee aus Baumelfen. Teilweise gab es die Modelle schon in Warhammer Fantasy. Ein Großteil davon ist inzwischen auch neu gekommen. Und was die Armee halt auszeichnet ist, dass sie a, super teuer in der Anschaffung ist, in der Regel. B, sehr, sehr elitär gespielt wird dafür. Und dass der Schwierigkeitsgrad der Armee wirklich extrem hoch ist. Ähm, die Armee hat, äh, so vom Stil her, würde ich jetzt sagen, ähm, richtet sich so an Gerea-Taktiken. Das heißt, wenn wir, ähm, wir schlagen zu, springen durch irgendwelche Wälder wieder weg und warten darauf, dass der Gegner den nächsten Zug macht. Und deswegen brauchen wir unter anderem auch vier von unserem eigenen Fraktionsgelände. Stand jetzt, wie es in der vierten ist, weiß ich noch nicht. Ähm, und dieses Gelände ist wirklich sau teuer. Ähm, das kommt on top, das kostet keine Punkte. Das heißt, das ist alles etwas, was einfach eure Liste nur erweitert. Und ihr müsst wirklich da richtig, richtig cachen in diese Wälder. Was ich persönlich nicht so geil finde. Aber die sehen schon sehr schön aus. Und sind auch ein fantastisches Gelände für, äh, alle möglichen Platten. Genau. Ähm, Gottheid, ja, haben sie. Nämlich Alariel, die Everqueen. Auch eine sehr, sehr starke Gottheid. Ist ein guter Supporter. Kann sehr viel einstecken. Ist also ein Tank, kann einigermaßen gut austeilen. Und vor allem, wenn sie stirbt, kann sie wieder aufstehen und sich vollheilen. Potenziell. Ähm, ja, ist halt eine teure Göttin. Kann aber dafür auch sehr viel. Und ist auch ein fantastisches Modell. Schwierigkeit, gerade habe ich schon angesprochen. Sehr schwer. Für mich wahrscheinlich die schwerste Armee im Spiel. Aktuell, zusammen mit Skaven. Ähm, es gibt einen sehr großen Bruch bei den Silverneth. Also man kann es mal sehen bei den Winrates. Silverneth haben in der Regel nie eine sonderlich gute Winrate. Weil eben auch die Armee dafür, dass sie so schwer ist, auch sehr beliebt ist. Heißt, viele Anfänger spielen auch damit. Es gibt aber eine Riesenkluft zwischen dem, wie normale Bier- und Brezel-Spieler und Spielerinnen die spielen. Und wie Profis die spielen. Und damit Silverneth hat wirklich ein komplettes Potenzial im Fighten, muss man wirklich sehr viel Spielerfahrung haben. Und auch ein sehr, sehr guter Spieler sein oder eine sehr gute Spielerin. Und in der Regel werden Fehler bei denen auch sofort bestraft. Also ihr müsst euch wirklich überlegen, was mache ich. Nehmt euch die Zeit in der Platte und überlegt wirklich fünfmal, was ihr macht. Ein Fehler kann euch wirklich euer Spiel kosten. Und deswegen ist die Armee gar nichts für Anfänger. Ihr seht die Spared-Box hier auf der rechten Seite. Meiner Meinung nach, die ist fantastisch. Nochmal, die Armee ist super elitär. Ihr habt hier sehr, sehr viele Punkte drin. Alleine der Baum ist mega stark. Den könnt ihr auch, wenn ihr die Box mehrmals kauft, könnt ihr den auch in verschiedene Versionen bauen. Und habt dann auch mehrere davon. Die auch, weil ja auch gerne mehrere davon gespielt werden. Ihr habt die Kornoth-Hunter dabei. Auch die gibt es in drei verschiedenen Versionen. Auch alle drei davon sind fantastisch. Auch die könnt ihr mehrmals nehmen, theoretisch. Dann die Revenants, Spide-Swarm-Revenants, glaube ich heißen sie. Die könnt ihr übers Feld teleportieren und Sachen einnehmen. Beziehungsweise die können hervorragend Punkte halten. Und wir haben eine kleine Magierin dabei mit der Branch Witch. Und ja. Auch die kann man mehrmals nehmen. Und habe ich auch schon gesehen, dass die mehrmals genommen wird. Also auch die Box ist wirklich sehr gut. Halt wenig Modelle. Wenn ihr auch nicht so richtig Bock habt, viel zu bemalen, dann ist das wahrscheinlich eure Box. Kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Diese Box kommt auch im Stormbringer Magazin nach und nach. Und das ist ganz cool, meiner Meinung nach. Ja, die nächsten Elfen. Ihr seht schon, wir haben sehr viele Elfen. Sind die Lumineth Realm Lords. Und wow, was ist das für eine Armee. Nee, die sieht nicht nur fantastisch aus, sondern die spielt sich wie eine Mischung aus einer alten Fantasy-Armee und aus verschiedenen Tempeln. Also ihr habt so ein bisschen Avatar-Erder-Elemente mit drin. Ihr habt so ein bisschen, wie soll ich sagen, Last Samurai oder so ein Samurai-Stil mit drin. Und ihr habt halt die früheren Hochelfen mit drin. Grundsätzlich, die Armee kriegt Boni, wenn sie bestimmte Formationen einhält. Also die nennt sich Strahlende Kompanie. Shining Company. Wenn wir zum Beispiel in einer Schildweil-Formation stehen. Und das heißt, dass die schlechter verwundet werden zum Beispiel. Oder dass die, ich glaube, schlechter getroffen werden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist je nach Einheit anders in Zukunft. Die ganze Armee sind Zauberer. Oder ein Großteil der Armee. Nicht alle, aber fast alle. Sind Zauberer. Die dürfen sich auch selber buffen und die Gegner debuffen. Wir haben einen super starken Fernkampf in der Armee. Wir haben einen sehr guten Nahkampf. Wir haben viele Assassin-Einheiten, die wirklich irgendwie schnell reingehen. Viel Schaden machen und dann sterben. Wir haben sehr, sehr viele Buffs. Wir haben sehr viele Debuffs. Das heißt, das ist auch das Ding, womit die Armee sich am Leben hält. Dass wir wirklich versuchen, viele Stärkungs- und Schwächungszauber durchzukriegen. Genau. Und deswegen habe ich die auch so als Mittelbeschwer eingestuft. Weil das schon sehr viel Bookkeeping ist, was wir machen müssen. Wir müssen sehr viel tracken. Was habe ich durchgekriegt? Was nicht? Welche Einheit ist verstärkt? Welche nicht? Welche Einheit kann noch Fertigkeit A benutzen? Welche Einheit kann noch Fertigkeit B benutzen? Und so weiter. Das heißt, Luminous sind auch schon eher auf der komplexeren Seite. Haben auch eine sehr große Modellrange. Bisher sind von den vier Tempeln? Vier Tempeln sind bisher auch nur drei verfügbar. Wobei die dritte jetzt gerade frisch angefangen wurde mit den Wasserelfen. Stand jetzt haben wir Wind und Erde. Und halt die normale Kaste, die dazwischen steht. Das hier sind fast alle Einheiten aus der normalen Kaste. Aus dem normalen Tempel quasi. Und die Steineinheiten zum Beispiel bringen halt viele Einheiten mit, die sehr tanky sind. Aber dafür langsam. Wir haben, also die halten sehr viel aus. Und die Windkaste hat viele Einheiten dabei, die sehr, sehr schnell sind. Auch wieder schießen und sich zurückziehen zum Beispiel. Dafür machen die halt wenig Schaden und halten auch sehr wenig aus. Ja. Und die Wasserkaste. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die machen. Wie gesagt, gibt es bisher erst eine Einheit. Und die kam jetzt auch erst vor kurzem. Müsste ich mir gleich mal angucken, was die macht. Ähm, genau. Gibt es eine Gottheit? Ja, gibt es. Nämlich Teclis, den Gott der Magie. Auch hier, äh, Fantasy-Veteranen werden aufhorchen. Teclis ist einer der besten Magier im Spiel. Wenn nicht sogar der beste Magier im Spiel. Der kann Zauber wirken, ohne dass er einen Wurf dafür machen muss. Ähm, das heißt, er sagt einfach stumpf so, der Zauber, der Zauber, der Zauber und ab geht's. Und, ähm, muss halt dafür nicht würfeln. Und er hat auch Fähigkeiten, womit er Zauber unbannbar machen kann. Kann auch viele Mortal Wounds machen. Was er halt nicht kann, ist irgendwas im Nahkampf und irgendwas im Fernkampf. Und er hält auch nichts aus. Also den müssen wir dringend beschützen. Genau. Auf der rechten Seite sehen wir die Spade-Box. Da sind drin 10 Sentinels, 10 Wardens, äh, 5 Blade-Champions und eine Skinari-Kathala. Ähm, eine super Box, meiner Meinung nach. Kann man auch wirklich sehr oft kaufen, weil alle Einheiten davon sind hervorragend spielbar. Alle davon brauchen wir. Und den Kathala, gut, den braucht man vielleicht nur so ein-, zweimal. Aber dafür würde ich, also zweimal würde ich die Box auf jeden Fall holen für den Einstieg. Weil mit der könnt ihr nicht viel falsch machen und die ist wirklich fantastisch. Ihr habt geile Modelle, die sind wirklich schwer zu bemalen, das muss man leider sagen. Ähm, aber eine Armee, die halt auch wirklich super vielseitig ist, sehr, sehr hart austeilen kann, wenn man es schafft, den Schaden anzubringen, die schnell ist, die gutes Objective-Game hat. Ähm, aber auch da, wie gesagt, halten eher weniger aus und schwer zu spielen. Meiner persönlichen Meinung nach. Dann kommen wir zu den Seraphon. Ja, was soll ich sagen? Seraphon, die sind der Jurassic Park auf dem Tisch. Ähm, die eine Armee völlig aus Dinos, Kröten und Magiern. Ähm, ja. Wir haben zwei verschiedene Spielstile, nämlich einmal die Starborn-Seraphon, die sehr viel zaubern. Und wir haben die Coalest, das sind die, äh, erdgebundenen Seraphon. Das sind hier die, die in der Box zum Beispiel drin sind, die halt viel in den Nahkampf gehen und halt mit purer Muskelkraft zuschlagen. Und, äh, diese Box hier richtet sich halt vor allem an die zweite Kaste. Also die, 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 die zweite, ja, das Kaste, glaube ich. Ähm, das heißt, wir haben eher die einsteigerfreundlicheren Einheiten. Und die schlagen wirklich richtig hart zu und, ähm, haben auch sehr coole Synergien. Wobei es nicht ganz so viele sind wie bei der anderen. Ich hab jetzt hier leicht beschwer aufgeschrieben, ähm, weil wir nämlich genau ein Modell haben. Nämlich diesen gewissen Lord Krog, wie er hier steht. Ähm, die haben halt Einheiten dabei, die wirklich sehr schwer zu spielen sind. Gerade die, die Magiekaste ist relativ schwer zu spielen. Wir müssen sehr viel Positioning kennen, wir müssen sehr viel, äh, Screens, äh, messen. Wir müssen, äh, sehr viel einzelne, äh, Units bewegen. Wir müssen Prioritäten einhalten und so weiter und so fort. Das heißt, die Starborn sind eher die schwer zu spielende Armee. Dagegen die, äh, Dinos hier, die sind eher einfach, weil da rennen wir dem Gegner ins Gesicht und versuchen, ihn mit unseren Dinos kaputt zu prügeln oder aufzufressen. Genau. Gottheid, nee, nicht direkt, aber Krog ist sehr nah dran. Krog ist einer, ein Slun, also die, die, die Priester, wenn man so möchte, von den Seraphorn. Und Krog ist ein super starker Magier, ähm, kann exorbitant Schaden rausknallen mit seinen, mit seinen Fähigkeiten. Hält selber auch nur so mittel aus, ähm, und ist sehr langsam. Aber auch der kann halt sich viel hin und her teleportieren, ähm, hat Meteoriten, die er werfen kann und so weiter und so fort. Und ist deswegen auch super stark. Grundsätzlich, die Armee, recht vielseitig, fantastische Optik, weil das halt alles neue Modelle sind, bis auf ein paar Dinos. Ähm, hat einen sehr einzigartigen Spielstil, weil wir haben Raptoren, wir haben größere Dinos, wir haben hier den Karnosaurus, wir haben einen Troklodon, was Gift spucken kann, wir haben einen Basteladon, was halt eher ein laufender Panzer ist, wenn man so will. Wir haben einen Stegadon, also einen Triceratops und so weiter und so fort. Und wir haben, die Armee ist wirklich sehr bunt, die Armee ist super vielseitig, äh, und die macht halt auch fantastischen Spaß zu spielen. Ähm, kann ich wirklich dringend empfehlen. Die Armee ist auch für Anfänger hervorragend geeignet, wenn sie denn sich zum Beispiel hier an die Startbox richtet. Ähm, auch die Box kann man mehrmals kaufen, meiner Meinung nach, weil den, äh, das, das Oldblatt auf dem Karnosaur können wir entweder zu dem hier bauen, oder zu einem anderen Charakter auf dem Karnosaur, oder einem Charakter auf einem Troklodon. Das heißt, theoretisch könnten wir die Box dreimal kaufen für drei verschiedene Charaktere. Die Sauruskrieger kann man mit Speer und mit Knüppel, äh, bauen, die sind beide wirklich gut. Und die Kroxigore haben auch verschiedene, ähm, Einheiten, die man daraus bauen kann. Und dementsprechend kann man mit der Box hier wirklich sehr, sehr viel anfangen. Ähm, man hat wenig Modelle, ne, ihr seht, das sind 13 Modelle, äh, 14 Modelle, das ist echt nicht viel. Ähm, dafür haben wir ein großes Centerpiece-Modell mit drin, was ziemlich cool ist. Und wir haben halt die Kroxigore, die auch recht fette Viecher sind. Ähm, ist cool, gefällt mir. Ähm, kann ich empfehlen. Also gerade, wenn ihr irgendwie Bock auf was komplett Wildes haben wollt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist Seraphon euer Ding. Das kann ich, da gebe ich euch Brief und Siegel zu. Das ist eine geile Armee. Ja, und das waren jetzt erstmal die Armeen der Ordnung. Ähm, sorry dafür, dass der Podcast-Schrägstrich der, äh, das Video etwas kürzer geworden ist. Wir hatten viel zu tun diese Woche, weil Chris hat jetzt endlich sein, äh, seinen Dachboden finalisiert. Und ich bin jetzt mit meinen Prüfungen durch. Und die Jungs von 40K sind auf, haben sich A, fürs German Super Major vorbereitet. Und B, sind auf dem German Super Major. Dementsprechend haben wir echt viel um die Ohren gehabt. Äh, wir arbeiten ja auch gerade noch die Age of Sigmar Liga auf. Und ab nächster Woche wird es dann normal weitergehen. Und wir werden am Donnerstag, Stand jetzt, auch einen fantastischen 40K-Stream haben, wo wir über das German Super Major sprechen. Und über die Erfahrungen, die André und Florian da gesammelt haben. Ja, bis dahin würde ich sagen. Und vielen Dank an unsere Hauptsponsoren, die die ganze Zeit hier durchgelaufen sind. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Ciao. Dann noch viel Spaß auf unserem Kanal.